Flippi das U-Boot Das ist Flippi, das kleine U-Boot. Und das ist ein Tintenfisch. Er lebt auch unter Wasser. Und was ist das? Ein kleines Puzzleteil. Flippi nimmt es mit. Schau mal, Flippi hat so schöne Muscheln gefunden. Er hebt eine auf und wirft sie hoch. Und jetzt? Jongliert Flippi mit zwei Muscheln. Und sogar mit drei. Da ist eine vierte Muschel. Flippi, die sind aber schön. Blau, Rot, Gelb und Grün. Oh, noch ein Puzzleteil. Nimm es mit, Flippi. Gut gemacht. Flippi hat noch ein Teil gefunden. Das ist Flippis Haus. Hier spielt er immer. Wie viele Teile hat er mitgebracht? Eins. Zwei. Drei. Lass sie uns zusammensetzen. Das ist eine Rakete. Gut gemacht, Flippi. Drei. Das ist eine Verzüge. Glockenze. Glockenze. Drei. 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 Vielen Dank.